Hiho und willkommen zurück meine lieben Zwerge und Zwergenfreunde zur Game of Dwarfs. Ich habe wieder direkt in die Mission reingestartet. Weil auf der Übersichtskarte haben wir ja nicht wirklich was zu tun. Wir haben noch keine einzige Königsquest hier abgeschlossen gehabt auf dem Testgelände. Wobei dann schon das Wort Testgelände ein bisschen komisch klingt. Ja. Ich müsste theoretisch hier unten ausbauen und einen Wachraum hier reinbauen. Und hier ziemlich viel zumachen. Das wird doch lustig werden hier. Ich glaube ich werde Holz erstmal da reinstecken hier alles richtig hin zu pflanzen. Also Holzwände und Holzböden hin zu pflanzen. Während ich jetzt langsam die 10 Punkte auf die Kosteneffizienz spare. Dass wir dann alles zubauen können. So die lasse ich noch trainieren. Bis sie ihre Trainingspuppen nochmal zerstört haben. Ja währenddessen kann ich ja schon mal hier den Garten gestalten. Ich könnte mal Musböden platzieren. Aber die bringen genauso viel wie die Grasböden hier. Ja also spare ich mir das mal. So. So nun setzt einfach hier schöne Grasböden. Und Graswände. Jedenfalls da wo Grasböden und Graswände hingehören. So. Wäre das hier schon mal schön gemacht. Während ich mir wirklich überlege wie ich drauf da runterkommen könnte. Hier wäre eigentlich kein so schlechter Platz dafür. Also ja ich reiße erst mal das hier ab. So würde ich auch in den Testraum reinkommen. Ja das stimmt. Dann könnte ich also das hier drüben mal ignorieren. Bis auf das Eisen hier. Aber das können wir auch ein anderes Mal holen. Also ja. Gebt mir hier eine Leiter. Und hier eine Leiter. Und dann grabt ihr mir hier in den Testraum rein. So. Und ich denke mal dass da so eine Art Testraum oder so sein wird. Gut. Mit dem Holz mache ich mal hier weiter die Punktieren. Und wir haben was gefunden. Oh. Was ist das denn für ein? Was ist das bitte? Es trägt eine Zwergenmaske. Und es ist Level 1. Okay. Armee. Wo ist der Rest der Armee? Ernsthaft wo sind meine anderen beiden? Da ist noch einer gewesen. Und? Da ist noch einer. Ach ich kann sie hier nicht rein porten. Wie gemein. Wie gemein. Jetzt muss ich mich also wirklich hier in Gefahr begeben. Naja. Auch nicht so schlimm. Sind nur zwei Orks gegen... Eine ganze Armee. Also zwei gegen vier. Und meine Jungs sind auch noch höhere Level. Und die Fernkämpfer tun mal was sie sollen. Ja so kriegen wir die sogar sehr schnell kaputt. Gut. Das heißt wir können hier... Uns das Zeug holen. Fürs Erste. Da müssen wir uns noch in den anderen Räumlichkeiten hier so umschauen. Hier wäre zum Beispiel auch noch ein Ort zu dem wir hingraben können. Aber von hier aus. Oh hier ist schön viel Silber. Und da war das bisschen Eisen. Das heißt ich werde wahrscheinlich nachher unter dem Silber weiter buddeln. Und hier ist alles so Digi um. Okay. So. Das heißt irgendwer muss jetzt den Hebel umlegen. Ein Bergarbeiter. Seid ihr der Informant? Genau. Ich bin der Informant. Und bin auch überhaupt nicht verdächtig. Warum hat das lange gedauert so primitiver Bauer? Weißt du überhaupt wie lange ich schon hier warte? Sehr freundlich. Oh äh. Ich meine danke für meine Rettung meine Zwergenbrüder. Ja ja. Jetzt macht euch nicht den Bart. Ihr sagt ihr die Information über Magikus. Oh ja. Man könnte sagen dass ich mehr als jeder andere über Magikus weiß. Das ist Magikus oder der Magikus. Äh. Komische Übersetzung. Oh come on. Hä? Äh. Nichts. Mhm. Okay. Besiegt den Ork und den Goblin Anführer. Neue Quest. Der Goblin Anführer. Jetzt müssen wir die Bruchstücke dieses Artefacts finden. Okay. Jetzt müssen wir... Ah hier befindet sich ein böses Artefakt oder zumindest Teile davon. Nur mit diesem Ding könnt ihr Magikus vernichten. Ihr müsst es euch beschaffen. Hör mir aus. Nun gut erzählt mir mehr. Hey listen. Dieses Artefakt wurde einst hier benutzt, aber irgendetwas ist schief gegangen. Alle Beteiligten wurden verrückt und plötzlich wollten sie alle das Artefakt haben. Sie begannen zu kämpfen, wodurch das Artefakt in drei Teile zerbrach. Drei böse Teile. Jede der Gruppen nahmen jeweils einen Teil mit. Und seither bekämpfen sie sich wegen der anderen Teile. Ihr müsst die Bruchstücke erlangen, bevor sie es schaffen. Jetzt müssen wir die Bruchstücke des Artefakts finden. Das ist der einzige Weg zum endgültigen Besiegen der Magier. Ein Teil des Artefakts befindet sich anscheinend im Besitz des Anführers eines Goblin-Clans in diesem Gebiet. Wir müssen Graben und diesen Clan finden. Danach geht es zum Erlangen dieses Artefakts, den Anführer zu besiegen. Und dasselbe mit einem Ork-Artefakt. Mhm. Okay. Aber wenigstens ist jetzt diese... Dieser blöde Portalblocker weg. So. Hm. Ich habe gesagt, ich habe noch Orte zum Ausgraben. Und hier sind mehr als genug Steine. Okay. Begebe jetzt an. Drei Gruppen, sagt ihr, und jeder besitzt ein Bruchstück. Genau, der Anführer und jeder Gruppe besitzt ein Bruchstück des Artefakts. Es gibt die Ork-Gruppe, die Goblin-Gruppe. Und den Orangenen Magier... Äh, die Orangenen Magier-Gruppe. Sie haben sich hier in verschiedenen Gebieten verschanzt. Und das Artefakt zu erlangen, müsste sie alle besiegen. Listen up now. Ich glaube, wir werden mit den Orks und Goblins anfangen. Auch einen einzelnen Magier zu bezwingen, ist schwierig genug. Mhm. So, ich muss als nächstes dringend gucken, dass ich hier oben das Loch stopfe. Währenddessen, mit dem ganzen Eisen, das ich habe, und da ich wahrscheinlich so schnell kein neues brauchen werde, gehen bitte wieder alle ans Training. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich den Typ gerne in meiner Basis haben möchte. Zumal er wahrscheinlich eh zu groß ist, um in die kleineren Gebiete zu kommen. Also ja gut, ich würde gerne auch noch da drüben hinkommen. Wenn wir da Gegner lauern, ist es halb so wild. Meine Leute sind nämlich alle fleißig am Trainieren. Und wir haben drei Punkte für die Düngesteinverbesserung. Bessere Holzpflanzen? Ja, bessere Holzpflanzen. Also tatsächlich die Düngesteinverbesserung. Verdoppelt? Ah ja. Na ganz ehrlich, auch so reichen zwei Arbeiter an einem Düngestein. Ich habe aber blöderweise zur Zeit nicht genug Gold, um bessere Holzpflanzen zu bauen. Eisen. Eisen ist schon mal nicht schlecht. Hm. Ach herrje. Das könnte unschön werden. Ich hätte nämlich jetzt nicht gedacht, dass da auf der Etage schon Level 14er Goblins rumwuseln. Gucken wir mal, ob wir sie loswerden können. Einzeln. Der hat nämlich schon mal Probleme, sich jetzt wieder da hochzukommen, jetzt wo ich ihm die Leiter geklaut habe. So. Der ist schon mal weg. Das heißt, die können mal weiter trainieren. Wenn der sein Level abkriegen sollte, dann ist er wieder voll geheilt. Außer er portet sich irgendwie hier hoch. Das wäre nicht so schön. Wie mache ich das jetzt eigentlich am besten? Ich möchte nämlich eigentlich gern da den Block... Ok. Ah, ja. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Und die kommen übrigens nicht da runter. So, jetzt muss ich ein bisschen improvisieren. Wobei das letzte war jetzt zu viel. Genau. Jetzt graben sie sich wieder nach da unten in ihr Verderben. Ach, das war ja der, der gerade gelacht hat, oder? Ja, das war ja der, der gerade gelacht hat.